Ich bin so hungrig, Teddy. Wie prächtig und herrlich groß sie geworden sind. Leo liebt Karotten sehr, aber ich bin sicher, dass er noch nicht mal weiß, dass sie Gemüse sind. Mal sehen. Leuchtend orange und saftig. Diese Karotten sind genau richtig, um jetzt geerntet zu werden. Karotten sind lecker. Die sind meine Leibspeise, Teddy. Oma, darf ich vielleicht eine Karotte haben? Eine Karotte? Oh nein! Warum nicht? Ach, mein Mäusebäckchen, du magst doch gar kein Gemüse. Und Karotten sind nun mal Gemüse. Das verstehe ich nicht. Karotten sind doch lecker. Natürlich. Viele Gemüsearten sind köstlich. Diese Tomate zum Beispiel hier. Mh, sie duftet herrlich. Aber das stimmt nicht. Kann es sein, dass du noch nie an einer geschnuppert hast? Mh, na. Traust du dich denn ein Stückchen von der Tomate zu probieren? Ähm, vielleicht schon. Aber wirklich nur ein ganz kleines. Hier ein ganz kleines. Mh, mh. Oma, es stimmt. Die Tomate schmeckt lecker. Ich weiß, mein Lieber. Gemüse schmeckt wirklich sehr gut. Und außerdem ist es auch noch gesund. Das stimmt.